Musik 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 Ich gehe dem Panzer jetzt noch so pushen Ok ich werde geraped auf dem Weg da hin Ich rade den Weg da auch Ich hoffe dass ich mich selber kille Heavy Tank tot? Nee, Heavy Tank ist nur zurückgefahren Ja du kannst da drüber schießen Wenn du Third Person machst Richtig, richtig dumm Trench hat aber voll weg No Das ist eine Kacke Ja, da muss ich doch irgendwie gesehen haben Musik Wie weißt du? Als Ernsthaft ist einer dran gewesen an der Mörser Riesenäuer Der Strauch oder? Dachte ich mir Hier rechts Trench das ja Weißt Zufall Lohle Was? Was zum fickt der? Mein Gott Ich hab das nicht Ich hab das nicht Oh Oh Mal Ah 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 Es waren sogar zwei Hm Hallo Der Der Ah Hm Ich hab das nicht Das war einfach Er Ich hab das nicht Ja Der Die 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 Du kannst umgehen, dass du mir Flieger rutschießen. Ja, rechts im Kopf. Oh mein Gott, noch mal einer dahin. Ja, Slash nach. Da ist ein ganz schön vieler auf der Flagge. Ich weiß das. Verrutscht. Ja, das wird nichts. Warum haben sie hinter uns jetzt? Der Tank, oder? Naja. Ah, der Link ist draußen. Ja. Das war eine nice Maid. Der stand direkt neben uns. Nee. Der stand unten an der Brücke und hat so... Nein, der stand direkt neben uns. Ich hab ihn gesehen. Der, wo du mich gekillt hast, stand unten an der Brücke. Auf ihrer Seite. Auf ihrer Seite. Aua. Aua. Ja. Zu den Leuten. Wo ihr war? Level 140. Rechts außen, bei, verdammt ja. Wie oft muss ich so einen Fighter hinten, ey? Oh die shit. Daaaah F***ing insane Kleiner, kleiner Flick, natürlich aimer Hier fünf Sniper schon wieder her Los, wir Charakter Okay Ja Freilicht der Hals Ist mich auch gegangen Jetzt geht das der Hörnig und wieder runter gesprungen ist Ich würde sagen nein Offensichtlich nein eigentlich, weil er ist nicht aufgegangen Ja, geil und ist laggig Die Chance Oh Gott, die haben zwar schon mal Die Amperin spawned Die Lübs Die Lübs Die Lübs Schöpfer Lofer Na Schöpferaten 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 Berat Ich bin fast in der Bühne. Da ist nur einer Ja der Pio Hat ein Schrader Hat ein Schrader Was ist denn ein Pio, der für ein Move wird? Der Klo ist der Pio Vielleicht haben wir einen 2-jährigen P Ja der hat schon einen Schrader halt wahrscheinlich Hast du ihn vorbeikommen? Was? Ach du Scheiße Oh Oh Alles klar Wo warst du? B Wrappable oder nicht Wrappable? Ja da liegen 5 Leute rechts von meinem Körper Ja und ein Autostruck Äh oh Gott Holy shit Ein ganzes Team Oh 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 Und da war auch die Umgehung der Flagge clear Da Wo ist er noch? Die wird vielleicht bei den Holzstab in die Front irgendwo oder? Zeug Ach komm jetzt hat mir jemand meine Deckung durchgeschossen Bitches Ah ja ja Oh Okay Ach komm What the fuck geht ab da oben? Ich bin sie auch erwöhnt Ich bin sie auch erwöhnt wenn wir noch anzukommen Ja ich hab gedacht dass sie die Mails das haben oder die sich da oben dann auf die konzentrieren Die auf sie schießen vielleicht Doch die haben die 20 Leute denen über die Hande gepusht sind Nein Ajahn Entschuldigung �ab Ich zu بين Ich lege Er hat 3 Dauer über das Schammer. Da fucke. Auf jeden Fall sind 3 Dauer trotzdem umgegangen. Hey, ich sollte so langsam weggehen? Na, ich nehme ja ein Auto von hinten bei D und fahre nach B. Ich hoffe, dass du einfach stehen, ja. Also der eine Typ, der kommt angef... Ich glaube, mit Dressica haben wir angefahren. Einfach so richtig langsam mit zwei Leuten drinnen. In seinem Auto. Ich habe so viele Kills gemacht hier gerade auf Ehe. Einfach neu zurückfallen. Er gibt keinen Fick. Ein HP gab hier. Hast du ihn angehitzt? Ich habe ihn gehettet. Einmal. Nicht auf mich werfen. Nein, doch mir geht er nicht nach Hause. Danke. tschau neben dem fluss neben dem see mit dem teil berg unterfahren nie wieder hochkommen haben einen trenchrader bei dir ich bin voll oh mein gott random kugel von der automatik die 60 meter weg von mir voll auskirchen und die 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 nein oder mein gott da kommt dann einer angebunden das low sollte nicht am leben sein naja